Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Rainer Winkler. Rainer mit AI, ganz wichtig. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte Fräse, Hummelhaxe, Hummelhaxe, Lügenscharf, Lügenscharf. Junge, ganz ehrlich, Sayonara, Matame. Dieser Schatz ist der Lügenschatz. Und er liegt irgendwo auf der Allschauerberg 8. Damit brach das große Hater im Zeitalter an. Immer die Polition. Hinterher. Ringenbogen Schaaf. Auf der Spur führt ein Weg dich über. Junau. Ich hab Durchfall. Ich hab Durchfall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017